Oh, nein! Oh, shit, okay, Energie nehmen. Ha, passt mich nicht an, Kleiner. Na, sollten wir aber schon schaffen, oder? Komm her, zeig mal, ich hab die jetzt paar Mal getroffen. Nee, Leute, ich hab mal nicht. Okay, der Mantikort, keine Chance. Keine Chance, wir müssen weg hier. Ich glaub, die sind nett, solange wir den nicht tun. Nee, okay, oh, oh, ich will mich ergreifen. Nein, 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 ich komm nicht weg. Leute, unser Mantikor ist tot, unser Mantikor ist tot. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. So, Leute, passt auf, die Gary kann nicht mit dabei sein. Sie ist leider krank, also nochmal gute Besserung an die Gary. So, wir haben 1 Minute 37 Zeit. Ich muss jetzt sofort weg. Ich hab was, ähm, vergessen zu machen. Passt auf, ich wollte ihn jetzt gerade hier ausbrüten. Ich zeige euch gleich, was ich gebaut habe. Wir müssen ganz kurz da hinten hin, weil, äh, ja, jetzt haben wir ein Problem. Problem, es kommt jetzt raus. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich ganz schnell auf die Schnelle was hinbaue. Doch, wartet mal. Äh, okay, hier war ein Drache. I don't know. Warte mal, wir haben noch da was hingebaut, oder? Okay, pass auf, wir gehen da jetzt kurz hin. Äh, kommt da da raus? Eigentlich dürfte da jetzt nicht rauskommen, oder? So, pass auf. Griffin, du bleibst dort. Ich hab gedacht, äh, da hinten in der Höhle. So, wir gucken jetzt ganz kurz. Zumachen, zumachen und zumachen. Ähm. Kann er hier raus? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Griffin, du greifst hier nicht an, okay? Jetzt müssen wir kurz nachschauen, ob wir jetzt hier irgendwas haben. Oh, pass auf. Ich hab hier jetzt auch. Seht ihr seine Level? 756 kriegt er plus. Ich konnte nicht mehr machen. Irgendwie ging das nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel, pass auf. Ich geh jetzt mal zu diesem Pferdchen hin. Ich muss mich jetzt aber beilen. Ansonsten kommt da das Kind. Äh, zack. So. Seht ihr das? Er kriegt nichts mehr dazu. Deswegen können wir jetzt einfach abhauen und da rein. Äh, komm. Zack, zack. Nicht, nicht daneben. Nicht daneben. Oh, eigentlich würde ich da hinten ganz gern in die Höhle reingehen. Aber. Oh, ich wollte gerade sagen. Kommst du jetzt hierher? Okay. Griffin. Ich bin gleich da. Ja, ja. Ich bin kaum ganz kurz ein Kind. Och, die Gary kann es nicht sehen. So, Leute. Sind wir denn schon schwanger? Ähm. Geht eigentlich, ne? Also, man sieht es nicht. Wir haben uns ziemlich gut gehalten, ne? So. Es geht los, Leute. Es geht los. Haltet euch fest. So, was kommt? Komm, 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 komm. Oh. Nein. Ah. Oh, shit. Okay. Energie nehmen. Ha. Pass mich nicht an, Kleiner. Nein, 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 nein. Warum bin ich gleich tot? Hä? Ich hab doch Dings genommen. Ach, warte mal. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt nicht weiter runter. Was ist es denn genau? Okay, wir sehen es. Ich kann es gerade sehen. Wartet, wartet. Es ist, es ist. Ein Reaper Spawn. Ah, schade. Level 1700 noch was. Mir gefällt deine Farbe aber nicht. Naja, ist egal. Wir gehen jetzt ganz kurz runter, Griffin hin. Den könnten wir... Warte mal. Kann ich den jetzt nicht imprinten? Wir gehen mal ganz kurz runter. Hi, Kleiner. Na? Ne, warte mal. Wir können was anderes... Doch, warte. Da. Claim, 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 claim. Claim. Nein, nein, nein. Ey, Kleiner. Ja, warte doch mal. Warte, ich kann nicht... Ja, nice. Okay, du brauchst Futter für... Ja, okay, warte, warte, warte. Ich bring dir was, ja? Und deine Mama hat schon etwas für dich. Aber das hier ist deine Mama, okay? So, Leute. Also, die Farbe gefällt mir jetzt nicht von ihm. Aber der sieht ganz nice aus. Scheint ziemlich stark zu sein. Wir drücken ihm mal das alles rein. Ähm, wir müssen jetzt aber ganz kurz nochmal rüber. Und dann zeige ich euch, was ich ganz kurz vorbereitet hatte. Ich habe das einfach unschön hingebaut. Aber ist egal. So, Kleiner, komm mal her. Mitten in die Ecke rein. Komm. Du weißt, deine Eltern darf man nicht schlagen. Leute, wisst ihr ja aber, ne? Ich denke mal, auf jeden Fall. So, pass auf, Kleiner. Komm, ein Küsschen, bitte. Bitte. Leute, er will mich nicht küssen. Warum will er das nicht machen? Er schlägt nur seine Eltern. Du scheiß Mist, du. Nein, Spaß. Spaß, Spaß. Ist ja noch ein Kind. Es weiß nicht, was es tut. So, zack. Ich hoffe, es wird auch noch überleben. Aber ich denke mal, so wild wie er ist, kann er überleben. Pass auf. Ich habe jetzt hier unten eine, ähm, wo ich schon mal etwas kaputt gemacht habe. Da habe ich etwas hingebaut. Pass auf. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz mal. Einmal landen, bitte. Landen, bitte. Gut so. Pass auf. Hier. Habe ich ganz unschön was hingebaut. Da konnte er nicht durch. Hier hätte er, wartet mal, eventuell durchgekönnt. Äh, aber nur eventuell. Und hier vielleicht. Aber, das hätten wir schon hinbekommen. Das hätten wir hinbekommen. So, äh, das kann jetzt aber weg. Äh, können wir hier pickuppen. Kam etwas dazu? Ne, sieht nicht so aus. Ähm, genau. Wir haben hier in der letzten Folge den Apex-Manticore gezählt. Und einen normalen Vanilla-Boss-Manticore. Das sind einmal die beiden. Warum steht der eigentlich falsch herum? Okay, eigentlich war es eben gerade anders. Wir haben einmal den Diablo. Habt ihr unten in den Kommentaren geschrieben. Und einmal Hades. Das wollten einige haben. Deswegen habe ich es auch so nach dem benannt. Es waren auch einige gute Namen nochmal mit dabei. Nochmal vielen lieben Dank. Ich weiß, dass ihr immer zahlreich mit dabei seid in den Kommentaren. Deswegen halt danke, 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 danke. Ähm, ich kann aber halt immer nur einnehmen. So, deswegen halt. Was auch? Der kann jetzt einfach ganz normal links klicken. Boah, hört euch das mal an. Alter. Wie ein richtig fetter Löwe. Rechtsklick. Kennt ihr natürlich seinen speziellen Schnachel. Auf C kann er seine Sichel machen. Keine Ahnung, hört sich das an. Auf X kann er das natürlich. So, und das wäre es eigentlich. Fliegen kann er ganz normal, ne. Kennt ihr ja. Schnelligkeit ist ganz nice. Wir könnten jetzt eigentlich auch seine Stärke testen, ne. Machen wir jetzt ganz kurz mal. So, komm mal her, Ranks. Komm mal her. Aber ich denke mal, ab. 32.000 ist eigentlich ziemlich nice. Und er ist umgelevelt. So, jetzt könnten wir hier noch ein bisschen raufgeben. Hier noch ein bisschen Energie, ne. Kennt ihr ja. So, lassen wir ganz kurz in Ruhe. 59.000. Geht. Geht schon mal. Alter, wie viel, ne. Ach, Leute. Ähm. Ich zeige euch gleich was. Weil, ich glaube, Branknerer kommen noch drei, vier Folgen, ne. Und dann fängt die fünfte Staffel an. Denn wir können ja nicht mehr so viel machen. Deswegen halt. Es kommen noch diese Chaos-Dinger. Ich mache jetzt ganz kurz noch was. Und dann, ne. Geht es langsam dem Ende zu. Die Endfolge, Leute. Zeige ich euch auch gleich, was wir da jetzt genau speziell vorhaben. Mal sehen, wie ihr es so findet. So, pass auf. Wir haben einmal eine Apex-Montigore. Der kann links klicken. Noch brutaler als die kleine. Rechts klicken. Nice. C. Nice. Und X. Okay, die können dieselben Attacken. Okay, kommt auch von derselben Mod. Ne, also von daher. 184.000. Okay, Leute. Ich glaube, den nehmen wir für diese Folge mit, wa? Ah, ne. Äh, Mist. Ich weiß ja nicht, was wir finden. Also, ich habe mir gedacht. Vorsicht, Cyber. Ich habe jetzt, äh. Passt mal auf. Ich habe jetzt Elementar mit. Habe hier noch genug Munition. Habe ich alles geraftet. Teleporter. Alles mitgenommen. Weil ich weiß halt nicht, was ich unterwegs noch brauche. Äh, passt auf. Hier. Ich war noch ein bisschen fleißig, sage ich jetzt mal. Ich habe ein paar Viecher geknallt. Passt mal auf. Also, getötet. Ne, aber ihr wisst schon, was ich meine. Pass auf. Kann ich euch hier zeigen. Ähm. Genau. Das wollte ich jetzt zweimal craften. Ich weiß nicht, was kommt. Alpha Boss Tribut wollte ich zweimal craften. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was ich jetzt mache. Und was ich bemerkt habe. Wir können die Chaos Boss Tribut auch schon herstellen. Wusste ich gar nicht. Ah, ne. Wir brauchen den Chaos Orb. Okay, dafür müssen wir den töten. Da wollte Gary aber mitmachen. So, deswegen habe ich es noch sein lassen. Hier. 18. Celestia Seelen. Dämonik Seelen. Hier mehrere. Ähm. Hier, wer heißt es jetzt? Äh. Origins habe ich getötet. Ihr habt ja in der letzten Folge schon gesehen, was ich da alles getötet habe. War schon ganz nice. Sind immer noch welche da. Und deswegen, was habe ich jetzt gerade gecraftet? Genau, Apex. Das nehme ich mit. Und einfach nehmen wir mit. Wir haben jetzt hier auch noch Elemental. Läuft aber bald schon ab. Deswegen. Wir müssen uns beeilen. Es läuft alles mit Zeit. Okay. Wen nehmen wir jetzt? Den Apex Manticore. Könnten wir mitnehmen. Aber es könnte kritisch mit ihm sein. Wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Ich denke mal, er wird schon nicht sterben, Leute. Keine Sorge. Ich werde schon auf ihn aufpassen. Ne? Ich passe wirklich auf ihn auf. Alles geht auf melee damage drauf. So. Pass auf. Ich habe mir jetzt gedacht. Wir gehen jetzt da ab in die Wüste. Da war ein Dark Griffin. Irgendwo. Und da war ein Dragon. Den wollte ich mir ganz gerne schnappen. Äh. Sorry, Digga. Du bist auf jeden Fall tot. Okay. Und vielleicht war das die Gary, Leute. Ich wusste jetzt nicht, was das war. I don't know. Ne. Pass auf. Wir schnappen uns jetzt irgendeinen Dino, den wir jetzt finden, der uns gefallen könnte. Okay? So. Als erstes da oben hoch. Ach ja, Leute. Ähm. So sieht's wieder aus, ne? Okay. Pass auf. Da haben wir jetzt eine Haruki. Nicht töten. Nicht töten. Nein, nein. Ich bin nur auf dem Ausflug. Deswegen lasst mich mal komplett in Ruhe. Ich glaub, das sieht aus wie ein Apex. Haben wir aber, glaub ich, schon. So. Hier befindet sich schon mal nichts. Hier ist ein Drache zum Beispiel. So einen würde ich auch ganz gern mal wieder haben. So. Ich hab K gedrückt. Und. Ein Origin Dragon. Aber ist wirklich kein... Okay, Leute. Der geht ziemlich ab. Da scheint nur ein Vanillaboss. Warte mal. Da scheint ein Vanillaboss zu sein. Der könnte krass sein. Okay. Wir gehen aber noch weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. Wir müssen ja irgendwas, was Gutes finden. Es ist ja wieder alles gespawnt, Leute. Alles. Und das ist halt nice. Jetzt können wir richtig gucken, was wir haben möchten. Okay. Leute, hier haben wir etwas. Hier haben wir etwas. Na, okay. Ich wollte gerade sagen, ein Apex-Drache ist aber nur ein Apex-Mantigo gewesen. Ein Primal Dragon. Schaffen wir den? Müssen wir eigentlich schaffen, oder? Alter, was sind das für Töne? Was? Ich geb 400. 4.000 Uhr ab. 406.000. Sollten wir aber schon schaffen, oder? Komm her, zeig mal. Ich hab die jetzt ein paar Mal getroffen. Nee, Leute. Schaffen wir nicht. Okay. Der Mantico hat keine Chance. Keine Chance. Wir müssen weg hier. Ich glaube, ich hab einen falschen Viech ausgewählt, oder? Hallo. Hallo. Wir müssen, glaube ich, kurz weg, oder? Ja, ja. Wir müssen weg nach Hause. Mantico hat... Äh, äh. Oder wir versuchen es doch nochmal. Oh Gott. Das läuft nicht gut mit dem. Okay, mal sehen. Was haben wir denn noch hier? Wir müssen eigentlich... Origin? Nee. Okay, kein Origin. So, hier haben wir jetzt wieder normale Drachen. Da scheint wieder ein Origin-Drache zu sein. Alter, was der Drache will. OP. OP sag ich nur dazu. So, was haben wir... Hier, Apex Mantico. Okay, das bin ich, aber ich wieder. Hier ist ein Apex Dodo-Wifern. Kann das sein? Ja, Apex Dodo-Wifern-Level 1064. Okay, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Okay, da haben wir jetzt ein Spino. Haben wir ja auch alles schon. Da. Da, 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 da. Spirit? Oder Chaos? Sieht eher aus wie ein Chaos. Chaos Dodo-Wifern. Aber, Leute, der macht irgendwie nichts. Also, glaube ich jetzt, weil... Ich denke mal, die sind... Oder schmuckt ihr mich doch an? Nee, warte mal. Ich glaube, die sind nicht so langweilig zu. Nee, okay. Oh! Ich will mich ergreifen. Nein, nein, nein. Ich komme nicht weg. Leute, unser Mantico ist tot. Unser Mantico ist tot. Ich kann mich nicht berufen. Ich kann nichts machen. Ei, 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 ei. Lass mich bitte in Ruhe. Du, nice. Äh, Mantico, hör auf mich. Weg hier, weg, 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 weg. Oh! Knapp, 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 knapp. Oh, Genki, da mal kannst du. Wieder ein Kollege. Leute, ich glaube, ich tausche mal ganz kurz und dann Dino um, okay? Bin gleich wieder da. Ich will unseren Mantico noch nicht sterben sehen, okay? Leute, da bin ich wieder. Äh, passt auf. Was ich ganz vergessen habe, euch zu zeigen. Ähm, also, ich habe euch das in der letzten Folge gezeigt. Das wird unsere letzte Mission sein. Das wird auf jeden Fall die letzte sein. Ich denke mal, Dämonik, Reaper, Empress Bros. Ein geileres Ende könnte es eigentlich nicht geben. Ich glaube aber, der scheint nicht so stark zu sein. Weil, wenn wir jetzt bedenken, wir haben jetzt unseren Spirit-Wivern hier. Und Spirit werde ich jetzt auch nehmen, weil der scheint mir ein bisschen besser zu sein als die ganzen anderen. Ähm, müssten wir es locker schaffen. Pass auf, ich habe ihn jetzt auch hochgelevelt. Er hat alles erreicht. Er ist jetzt 1.580 Level hat er jetzt. Und ihr seht, was ich alles mit ihm geholt habe. Also, wie gesagt, ich habe mehrere Origins geklatscht. Ich habe sogar neue Bullets bekommen. Die geben 45 mal Turpur. Und das könnten wir gucken. Gucken, ob wir das noch ausprobieren. So, und jetzt suchen wir uns erstmal was. Ach ja, wie gesagt, der Spirit. Ich liebe ihn immer noch. Und der Dodo-Wivern, der da... Ja, ja, das Pink Fluffy Unicorn. Das Spirit-Wivern, der da Chaos, der da ist. Da ist noch einer. Oder, warte mal, ist das derselbe? Alter, Leute, es ist so, es ist so, als ob wir auf irgendwas drauf sind. Holy shit. Aber das Geilste ist, wir schaffen ihn. Wir schaffen ihn locker. Ähm, wie viel Level hatte der? Ich werde jetzt einen töten für euch, okay? Pass auf, der ist Level 616. Den können wir töten. Ach, pass auf, da könnte ich es jetzt auch zeigen. Ihr habt ja gesehen, hier ist ein Origin. Äh, irgendwas. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Das ist der Tod, den wir hier haben. Das ist der Todbringer. Da, Origin-Kanur. Tod. Den Chaos-Dings. Pass auf. Okay, den wollen wir nicht töten. Den wollen wir nicht töten. Ne, ich will ihn auch nicht töten. Den töte ich dann mit der Gary zusammen. Aber wie gesagt, ich habe schon aus Versehen einen getötet. Habe ich die Sache mit? Ne, habe ich nicht mit. Aber auf jeden Fall habe ich von ihm Masken bekommen. Egal, welche Maske. Ich habe alle bekommen. Okay, warte mal. Hier haben wir einen Drachen. Apex-Dodewifer. Noch einen. Aber hier ist noch ein normaler Drache gewesen. Seht nach Alpha. Ne, Apex. Level 1680. Äh, den nehmen wir mit. Warte mal, was war denn das nochmal? Wie viel Energie hast du, Kleiner? Wir müssten nicht runterklatschen. Scheiße. Ich sehe seine Energie nicht. Okay, ich stupse ihn einmal an, Leute. Einmal. Okay, warte mal. Wir können nochmal anschn... 5 Millionen habe ich abgegeben. Warte mal. Ich kann nicht nochmal anschnupsen. Oder? Hast du 40 Millionen, Kleiner? Okay, Leute. Einmal. Oh Gott, es leckt. Okay, das ist der leckende Kampf, Leute. Nichts getroffen. Nichts get... Oh Gott. Ich muss kurz weg hier. Okay, es scheint immer noch nicht weg zu sein. Drache. Herkomm. Hab ich ihn ge... Ich hab ihn gehidet. Ich hab ihn gehidet. Er hat aber noch keine rote Energie über sich. Komm her, Klade. Komm her. Okay, er regeneriert sich. Komm, noch einmal. Noch einmal. Komm, Kleiner, komm. Och. Ah, es hört auf zu lecken. Okay, jetzt eine Chance, ihn zu treffen zu können. Nee, nee, nee. Komm, Kleiner, bitte. Bleib stehen, bleib stehen. Alter Schwede. Ich würde ihn jetzt rechtstieg drücken, aber ich glaub, dann ist er tot. Okay, einmal gehidet. Ich glaub, den können wir jetzt nochmal hiten. Nein, nein, nein. Nicht spucken, Kleiner. Okay, und nochmal abdriften und... Hinder. Alter. Die Attacke ist ja übelst nice. Okay, nicht gehidet. Aber wie viel Energie hast du denn jetzt noch? Nee, Leute, wir müssen ihn hiten. Oh, gehidet. Und noch einmal können wir ihn? Nein. Okay, nicht getroffen, nicht getroffen. Okay, das ist ein Ticken. Ah, komm. Jetzt aber. Drache? Da bist du. Hi. Was ist das? Was war das? Irgendwas war doch neben mir. Okay, Apex, Apex, Apex. Habe ich doch gerade hier gesehen. Ach. Alter. What the hell? Seht ihr das? Was ist mit dem denn los? Zieht euch das an. Ey, der sieht übelst nice aus. Okay, das mit den schwarzen Dingen ist irgendwie optisch. Sieht halt komisch aus. Ist aber so. So, einmal können wir ihn noch treffen. Yes. Seht ihr? Da. Da, 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 da. Der ist so toxisch. Okay, Kollege. Ich weiß halt nicht, wie viel du hast. Das ist halt. Okay, Leute. Einmal noch. Einmal noch. No. Okay, 408.000. Scheiße. Und ich muss gleich runtergehen. Ich muss ihn einmal treffen mit meinen Sachen. Yes. Okay, das heißt. Er haut ab. Er haut ab. Das kann sein. Warte mal. Ja, er hat rote Energie, Leute. Zack. Abspringen. Komm, 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 komm. Komm, Drache. Komm, komm, komm. Kannst ruhig herkommen. Kannst ruhig herkommen. Komm, ich habe genug Munition. Ich treffe ihn aber nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich lade bitte nicht deine Energie auf. Vorziehen, vorziehen. Wir müssen. Yes. Vorziehen, vorziehen. Weiter vorziehen. So, er will da lang fliegen. Ich glaube, die Munition fliegt ein Ticken zu schnell, oder? Alter, das kann nicht sein. Los, komm hierher. Komm hierher. Nice. Leute, ich treffe ihn nicht. Hier, 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 hier. Yes. Nice. Okay, und noch einmal. Nein, nein, nein. Nicht spucken. Alter. Wie heftig soll ich denn vorziehen? So? Yes. Haben wir ihn? Nee, er lebt noch. Oh Gott. Dodo, ich bin bitte. Lass mich, okay? Leute, ich schieße einfach nur drauf. Okay, er hat mich gehittet. Das ist gut. Jetzt habe ich mein Schild bekommen. Alter, no way. Hey, ich treffe ihn doch. Habt ihr das gerade gesehen? Oh Gott. Ich muss runter. Ich muss runter. Komm, 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 komm runter. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das kann nicht sein. Der muss da umgehen. Der muss da umgehen. Bitte, bitte, bitte. Okay, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Komm in die Quelle. Leute, wie soll man den kriegen, bitteschön? Wie viel Topo hast du denn schon? Oh, er hat noch. Leute, wir haben kaum Munition. Wir haben kaum Munition. Das ist nicht gut. Die Munition muss jetzt richtig sitzen. Die muss perfekt sitzen. Okay, pass auf. Ansonsten muss ich wieder zurück und mehr Munition holen. Wie viel Topo? Ey, Mist. Ich habe noch ein bisschen Munition. Aber... Ich... Ja, dann muss ich jetzt erst mal nach Hause. Okay. Yes. Okay, das war schon mal gut. Nice. Nice. Okay, so... Was? Ich habe nichts mehr. Oh, come on, man. Er ist fast down. Okay, pass auf. Ich mache das anders. Ich lasse den Spirit jetzt hier. Ihm wird schon nichts passieren, Leute. Ich muss jetzt ganz schnell nach Hause und mir die Sachen holen. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. So, Leute. Ich bin zurück. Ähm, jetzt müssen wir aber ganz kurz mal schauen. Okay, er hat seine Turpo-Anzeige noch. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, komm herher. Komm her, Kleiner. Diesmal wirst du mich nicht los, okay? Pass auf. Wir versuchen jetzt genau vor seine Fresse hinzukommen und ihn dann alles reinzudroppen, was wir jetzt haben. So, das jetzt nicht. Drehe dich noch einmal. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, nein, nein, nein. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Guter Junge. Guter Junge. Okay, er hat mich schon wieder. Och, nö. Du musst ablassen, Kollege. Du musst ablassen. Yes. Lauf schön rein, Kollege. Lauf schön rein. Yes. Nice. Oh, wie geil ist das denn? Alter, ist schön, ey. Das hat echt lang gedauert. A Spirit Wife? Dööö. Was willst du von mir? Das ist ein Zombie. Okay, er will meinen Hirn fressen. Weg mit dir. Spirit Wife? No. Your Spirit Wife level was killed? By a Spirit Wife? Äh, Leute. Nikita, warst du es? Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Leute. No way. Was ist passiert? Your Spirit Wife was killed? By a Spirit Wife? By a Spirit Wife? Hä? Leute, wir müssen kurz mal was abchecken. Das kann nicht sein. Das kann jetzt echt nicht wahr sein, oder? Oh Gott. No way. Kollege, ist es mal. Komm mal her. Kann ich auf dich reiten? Gut so. Nein, 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 nein. Da irgendwas. Das war gerade ein Bug. Ihr habt ja gesehen. Der hat null Schaden abbekommen. Wir haben keine Schadensanzeige gesehen. Nichts. Er saß einfach nur da unten. Hat sich einfach nur ausgeruht. War einfach ganz armselig dort. Hey, warte mal. Wo haben wir ihn abgesetzt? Wartet mal. Wartet mal. Wo haben wir ihn abgesetzt? Das war doch... War das nicht hier? Das war doch hier, oder nicht? Ich habe ihn hier ganz normal abgesetzt. Er war aber gar nicht mehr hier. Und dann stand... A Spirit Wifern was killed by Spirit Wifern. No way. Das kann nicht sein, Leute. Das... Das kann nicht sein. Wirklich. Oh, was ist das denn? Okay, wir haben hier unten noch etwas. Was ist es? Ist das ein normaler, oder ist das jetzt auch ein Apex? Und noch ein... Was immer es auch... Golem ist. Oh, hi, Apex. Okay, Leute. Wir haben hier einen Apex-Gorilla. Wie geil ist das denn? Okay, ähm. Schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren, Leute. Was konnte das gewesen sein? Was konnte gewesen sein, dass er einfach gestorben ist? Aber der Drache, Leute... Alter Schwede, was für ein Sound. Der Drache... Hat sich schon gelohnt. Hat sich gelohnt. Dass der Spirit Wifern jetzt wirklich gestorben ist, ist halt schon mies, ne? Nice. Okay, er kann drei Attacken. Normal, Beißen, Rechtsklick und Spucken. Aber den testen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Komplett aus. Ach, unser Kind müssen wir ja auch noch abholen. Leute, ey. Aber das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Schaut euch das an, was hier rumfliegt. Von was konnte er gestorben sein? Von nichts. Es ist alles schwach. Okay, der macht schon genug Damage. Aber der war es nicht. Wie gesagt, wir haben kein Damage gesehen. Na, Leute. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat und natürlich der Drache, dann lasst uns auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.